Und dann? Wir warten dann einfach darauf, dass Batman durch die Tür kommt und gehen auf ihn los? Das ist der Plan. Das ist kein Plan. Das ist selbstmord. Der macht mir keine Angst. Die Tür ist zugeschweißt und er ist nur ein Spinner in einem Kostüm. Okay, dann stehst du ganz vorne. Wieso? Hast du Schiss? Wurde! Batman ist hier! So, dann machen wir den direkt mal hier kalt. So, dann hätten wir das auch erledigt. Äh, nein, hier ist keiner drin. Protokoll 10 für die neun Stunden in Kraft. Das ist ja schön für dich. Ich werde Protokoll 10 sowieso wieder aufhalten. Langweilig. Hopp. Ähm... Hier richtig. Ach nee, da geh ich wieder zurück in den Raum. Puh. Hm. So. Einmal hier durch. Wie bist du aus dem... Zu langsam, große hässliche Fledermaus. Nein, wir wollen uns... ...schu... 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 Was ist los mit dir, B-Man? Du kommst einfach so in Mr. J's Zuhause und machst alles kaputt? Wow. Weißt du denn nicht, dass er krank ist? Hallo, Mr. Hammer. Überraschung, B-Man? Darf ich vorstellen? Mr. Hammer. Er wird dir Manieren beibringen. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Edgy, badgy, 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 badgy. Boah, das wird jetzt aber echt heftig. So, warte mal. Machen wir erstmal diese komischen Grillstäbchen hier kaputt. Halt still, während ich dein Gesicht in den Dreck stoße. Halt still, während ich dein Gesicht in den Dreck stoße. Juck, willst du, dass es ihm diesmal richtig geht? Ah, komm, 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 komm. Ja. Double X Handle. So. Entwaffnen. Pumps. Au. Wenn ihr aufstehen solltet, geht ihr zu Boden. Für immer. Ah, fuck God. Nein! Was ist denn los? Wieso, 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 wieso? Du! Geh mir sofort aus dem Weg, Quinn. Lass uns in Ruhe, Batman. Geh, lass mich mit ihm allein. Ich hab gesagt, aus dem Weg. Das ist alles deine Schuld. Seine Jahren stellst du ihm nach, schlägst ihn zu Brei und verfasst. Wieso bist du so gemein? Überraschung! Bist du auf den alten, kranker Joker-Witz reingefallen, Batman? Nächster Schlagmann! Knockout in der zweiten Runde. Klingt, als würde der Detektiv den Joker eine Weile beschäftigt halten. Gut. Dann hat das Kätzchen mehr Zeit zum Spielen. Und was jetzt? Helfe ich der großen, starken Sahneschnitte oder helfe ich mir selbst, indem ich mir alles nehme, was Professor Strange in seinem Tresorraum hat? Ich weiß. Keine leichte Wahl, was? Hm. Was werde ich tun? Crocs suchen und dazu bringen, ein Loch in den Tresorraum zu schlagen? Pinguin um etwas Sprengstoff bitten? Nein, zu stillos. Ich bevorzuge es, solchen Dingen eine weibliche Note zu geben. Bleib, wo du bist, Ivy. Ich komm dich jetzt holen. Oha. Gut. Ich muss meine Sachen aus meinem Apartment holen. Ohne meine Sachen habe ich gegen Ivy keine Chance. Ohne sie wäre ich nackt. Ja, es macht ja nichts, dass du da nackt wärst. Hopp, hopp, hopp. Ich glaub, das würden viele gerne mal sehen. Okay, Riddler scheinen sogar... Scheint inzwischen da zu sein. Ruckel, ruckel, ruckel. Was, politischer Gefangener, wo? Entschuldigung, ich hatte es vergessen. Hoffentlich sterben wir deswegen nicht. Wir müssen einfach nur vorsichtig sein. Wir gehen, wenn sie kämpfen. Sie sind sicher viel zu sehr beschäftigt, sich umzubringen. Ach so. Sind nun politisch Gefangene, die reden. Wie sollen wir denn überhaupt rausfinden, wo sie lebt? Two-Face meinte, es sei hier irgendwo in der Nähe. Na und, woher will er das wissen? Was fragst du mich das? Ich stelle seine Entscheidung nicht in... Wer hat Catwoman hier reingelassen? Ich hab mich selbst reingelassen. Blöd, Mann. Schön, 22er-Kombo. So, Trautesheim, Glück allein. Schön, zu Hause zu sein. Okay, Selina. Zeit, Ivy zu suchen. Hoffentlich hat sie mir verziehen. Natürlich hat sie das. Die weiß gar nicht, was nachtragend heißt. So, ah, er speichert gerade. Sehr gut. Dann... Spaß ist an der Stelle jetzt. Mit Batman Arkham City. Jetzt hab ich erstmal wieder ein paar Videos mehr. Das müssten jetzt... Oh, zwei Prozent mehr ist schon. Das ist immer. Realitätstraining haben wir schon fertig. Brüchige Allianz. Beobacht im Hintergrund. Ja. Bin gespannt, wie viel ich habe. Jetzt können wir gucken, was ich bei Riddlers Rache 30 Prozent und 32. Okay. Ja, bei Riddlers Rache habe ich noch viel zu tun. Gut. Aber das soll es gewesen sein. Und bis neulich.